Das ist der Hafer- und Bananen-Blues, das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, im Zusammenhang mit der letzten Aufnahme für die letzte Folge sind ja merkwürdige, unheimliche Sachen passiert. Du weißt, worauf ich anspiele. Nee. Also wir haben ja über das Turnier in Gunzenhausen, über das Haflinger-Championat gesprochen und nicht nur gut, muss man sagen. Also du hattest da auch so über die Kritik geredet, die es an dem Turnier gibt, unter anderem, weil die keine M-Dressur ausgeschrieben haben. Also darum ging es ja so ein bisschen. Ja und die Zeiteinteilung ist extrem unglücklich. Richtig, genau. Also wir haben so nach Herzenslust, kann man sagen, auch so ein bisschen abgelästert und dann war es so, die Sendung war im Kasten und noch nicht veröffentlicht. Und dann macht es in meinem E-Mail-Postfach Pling und wir bekommen eine Nachricht von der Schatzmeisterin des Turniers in Gunzenhausen. Hallo, ihr seid so toll, ich habe euch entdeckt im Netz und ich kenne auch den ACDC und habt ihr nicht Lust, da als Sponsor aufzutreten beim Turnier in Gunzenhausen? Und vom Gefühl her war das so ein bisschen so, also du lästerst gerade über einen Kollegen, kommst ins Büro und siehst, scheiße, der sitzt ja am Schreibtisch und hat es gehört. Und hat dir einen Kuchen gebacken. Und war auch noch nett. Genauso ist es. Oder so, irgendwie so. Und ich habe das Gefühl, unser Podcast ist nicht mehr sicher. Und wir wollen ja eigentlich hier jetzt sozusagen in dem Teaser nur andeuten, worüber wir dann in der Sendung am Montag reden, aber wir wollen es nicht verraten. Und ich habe das Gefühl, wir können hier nicht mehr freisprechen. Also mein Vorschlag wäre, ich frage dich jetzt noch zwei, drei Fragen, worüber wir in der Sendung am Montag reden könnten und du antwortest aber bitte nur mit vielleicht. Wollen wir es so machen? So machen wir es. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felby.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten. Für Hund und Katz gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei Felby vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei Felby gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjellreven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassirunde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop. Für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felby.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felby. Für die beste Zeit mit deinem Tier. Könnte es sein, dass wir über einen Turnierstart von dir sprechen, den du mit ACDC absolviert hast, unter der Woche? Vielleicht. Könnte es sein, dass das so ein Turnier war, wo du mit ganz vielen Lampenaustretern im Dressurviereck warst? Ach, naja, ging so. Waren gar nicht so viele Lampenaustreter. Also es waren auch welche, die nur Kerzen austreten können. Könnte es sein, dass wir, dass das Turnier gefühlt zumindest so groß und nobel und edel war, dass die Anlage so toll und dass es nur noch gefehlt hätte, dass das SAP-Chef Dietmar Hopp da persönlich abäppelt? Vielleicht. Könnte es sein, dass das so groß war, dass ich das sogar bei ClipMyHorse mitverfolgen konnte, in so einem kleinen Funzelfenster? Vielleicht. Und könnte es... Du hättest übrigens auch Vollbild angucken können, weil wir haben ja immer noch einen geliehenen Account. Das darf man gar nicht sagen, weil das ist ja verboten, dass man diese Accounts ausleitet. Könnte es sein, dass das Passwort für den Account von deiner Freundin... Psst, ich hätte es ja nicht sagen. Nicht sagen das Passwort, bitte. Könnte es sein, dass wir das Passwort an dieser Stelle vielleicht besser nicht verraten. Es ist besser so, ja. Ja, okay. Dann lassen wir das. Mehr Geheimnisse verraten wir in der Sendung am Montag. Einverstanden? Okay. Die Antwort lautet vielleicht. Vielleicht. Schönes Wochenende, pferdige Zeit. Das war es schon. Ja, das war es schon. Du willst doch immer schnell und schmutzig. Du bist schon wieder auf dem Sprung und ich trage dem Rechnung. Vielleicht. Tschüss. Okay, kann ich vielleicht noch sagen, dass wir nicht letzter waren? Willst du noch jemanden grüßen? Ihr wart nicht letzter. Kann ich noch jemanden grüßen? Meine Freundin in Berlin. Ja, und ihr wart nicht letzter. Nein, wir waren sogar noch auf einem Reserveplatz. Jenny, die Antwort lautet doch vielleicht. Mensch. Tschüss. 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 Vielen Dank.